So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Factorio Part 17 und ihr seht es schon, das ist eine Zeitrafferfolge, hier wird ganz viel oben gebaut und gebastelt und ja, hier passiert nichts weiteres, außer ihr seht alles im Schnellverlauf, da sind ein paar Katze drin und ein paar Sachen und manche Sachen könnt ihr nicht sehen, aber ja, der Part ist auch nur elf Minuten lang etwa und deswegen kommt auch heute noch ein anderer Part und ja, ihr könnt es jetzt anschauen, ihr könnt es aber auch lassen, weil eigentlich seht ihr nur genau das hier, was ihr hier seht und es passiert nicht viel und ja, trotzdem, ich wünsche euch noch viel Spaß in den anderen Parts und im nächsten Tag werde ich euch mitzeigen, was ich alles Tolles Neues umgebaut habe, bis dann! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!